Guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem Ankündigungsvideo hier auf YouTube für, ja nicht ein Wunschpartner-Reading, sondern wir stellen die Frage, wer bist du eigentlich? Bist du wirklich der Mann, der du immer vorgibst zu sein? Oder bist du doch jemand anderes und hältst mich nur hin? Und hältst mich eigentlich zurück auf meinem Weg? Vielen Fragen dahingehend kamen jetzt zu uns und ich möchte gern mal ins Kollektiv der Männer, der männlichen Wesen fragen, bist du denn wirklich derjenige, der du vorgibst zu sein? Bist du ehrlich? Bist du ehrlich zu deinem Gegenüber? Und was bewegt dich? Was bewegt dich, hier in ihr Leben zu treten und vielleicht alles umherzuwirbeln? Da die Frage so brisant ist, interessiert es mich selbst, denn oftmals seid ihr ja in der Warteschleife oder du bist in der Warteschleife und weißt eigentlich nie, wie es morgen aussieht, weißt auch nie, was morgen kommt. Natürlich ist immer gesagt worden, Rückzug und wenn du das tust, könnte er kommen, wenn du jenes tust, wird es vielleicht. Aber ist denn das wirklich so? Und ist es nicht vielleicht auch deine Aufgabe, dann zu erkennen, es ist nicht der richtige für mich? Ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was uns die Karten hier sagen, was die geistige Welt uns mitteilen möchte, dass du vielleicht auch für dich ein besseres Bild hast und vielleicht auch für dich endlich eine Entscheidung oder einen Schritt treffen kannst, der dich aus diesem Ganzen herausbringt. Ja, ich freue mich auf dich und freue mich, dich im Hauptvideo begrüßen zu dürfen und sag mal bis gleich, euer Micha. Tschüss!